Die Volleyball Champions League im SSF In vier Spielen gelang es dem Schweizer Meister Dragons Lugano bisher nicht, die Gegner zu bezwingen. Im nächsten Spiel treffen die Tessin auf den rumänischen Meister und Gruppenleader Thomas Constanta. Dragons Lugano gegen Thomas Constanta. Heute 19.55 Uhr live im SSF. Untertitelung des ZDF, 2020